Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Uhrig und heute möchte ich Ihnen mehr über die Eigenschaften von Fluidboxes erzählen. Hierzu habe ich ein responsives Projekt angelegt über Datei, neues Projekt, Projekt mit automatischer Anpassung und das habe ich dann auch gleich auf die gewünschte Größe modifiziert über Modifizieren, Projekt neu skalieren, 1024 x 672, so dass das Projekt, wenn es in voller Größe angezeigt wird, zum Beispiel auf dem iPad, direkt so dargestellt werden kann, wie wir es jetzt hier bearbeiten. Weiterhin habe ich hier eine Testgröße angelegt, die genau zu unserer Projektgröße passt, so dass wir hier auch im Bearbeitungsmodus direkt das komplette Projekt in voller Größe sehen. Jetzt möchte ich mal eine Fluidbox einfügen und zwar nehme ich mal direkt sogar zwei und sobald Sie hier zwei vertikale oder horizontale Fluidboxes einfügen, sehen Sie hier die Hauptfluidbox sowie die zwei Unterfluidboxen. Über die Eigenschaften kann ich diese dann auch direkt auswählen. Sie können natürlich auch hier auf die Seiten fahren und entsprechend die Fluidboxes auswählen. Wenn Sie mit der Maus über den Rand fahren, können Sie dann auch eine Ebene weiter nach oben gehen. Also wenn ich jetzt hier die Hauptfluidbox auswählen möchte, dann gehe ich einfach hier mit dem Mauszeiger über den Rand und dann sehen Sie können Sie auch schon die Hauptfluidbox auswählen. Wenn Sie die Größen der Fluidboxes anpassen möchten, müssen Sie immer in die darüber liegende Fluidbox gehen und dann können Sie die Verteilung der darunter liegenden Fluidboxes anpassen. Also Sie können dann entsprechend hier zum Beispiel mal die Position verschieben. Leider geht das in der aktuellen Version, also ich bin hier gerade noch in der ersten Version von Captivate 2017, nicht numerisch einzustellen. Also Sie können den Wert nur per Regler einstellen. Sie können allerdings sich die Positionseigenschaften aufrufen und sehen dann, wie groß jeweils eine Fluidbox ist. Also Sie sehen jetzt hier aktuell hat sie 91 Pixel. Der Wert gilt natürlich auch nur in dieser Ansicht. Wenn Sie also später in einer kleineren Ansicht sind, also zum Beispiel hier iPhone 6, dann wird der Wert unter Umständen dann variieren und nicht der gleiche mehr sein, aber in der jeweiligen Ansicht hat das dann eben jetzt hier 91 Pixel. Das sieht man auch unten in der Statusleiste. Hier unten, wenn ich über die Fluidboxes fahre, dann sehen Sie hier entsprechend die Werte. Gut, schauen wir mal in die Eigenschaften rein. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was über den Fluss sowie die Umbruch-Optionen hier erzählen und dazu brauchen wir natürlich hier ein paar Objekte. Dazu nehme ich hier einfach mal zwei Grafiken. Sie sehen, die sind ziemlich groß, aber wenn ich sie hier in die Fluidbox reinwerfe, dann werden die direkt angepasst. Dann wollen wir hier am besten noch eine zweite Grafik hinzufügen und dann sehen wir hier mal einfach zwei Grafiken nebeneinander. Durch meine initiale Einstellung bei der Fluidbox, dass sie eben horizontal verlaufen soll, liegen die natürlich hier nebeneinander. Das könnte ich auch verändern. Könnte zum Beispiel sagen vertikal. Dann werden die Grafiken entsprechend untereinander und hier unter Umbrechen ist nun eingestellt zur nächsten Spalte umbrechen. Da gibt es natürlich verschiedene Optionen. Ich könnte auch sagen in Spalte komprimieren. Eine Zeile oder Spalte oder symmetrisch. Schauen wir uns die verschiedenen Optionen mal an und das zeige ich Ihnen am besten mal, wenn wir erstmal hier den Fluss auf Horizontal einstellen. Sie sehen also, die zwei Grafiken sind aktuell nebeneinander. Hier ist eingestellt zur nächsten Zeile umbrechen bei 80 Prozent. Das bedeutet also 80 Prozent unserer Breite. Das wären so etwa 819 rum, 818 rum. Ab dann wird das Objekt dann umbrechen. Sie sehen, zack und jetzt haben wir das in der nächsten Zeile. Wenn ich das nicht haben möchte, dann stelle ich hier einfach zum Beispiel ein in Zeile komprimieren. Dann bleiben die Objekte immer nebeneinander und Sie sehen, das wird sich dann auch nie verändern. Sie haben auch weitere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel sagen eine Zeile oder Spalte. Das bedeutet im Gegensatz zum Umbruch, dass wir immer eine Zeile oder Spalte haben und nicht plötzlich einzelne Objekte untereinander stehen und dann haben wir vielleicht oben zwei und unten noch eine. Um Ihnen das natürlich zu zeigen, füge ich mal hier noch weitere Fluidboxes ein. Das können wir jederzeit problemlos machen, indem wir hier sagen Fluidbox, Horizontal und dann füge ich mal hier noch zwei weitere hinzu. Hinzufügen in einer Reihe können Sie jederzeit problemlos. Wenn Sie hier eine Fluidbox haben und möchten dann noch eine Fluidbox unten drunter einfügen, geht das nicht, wenn da bereits ein Objekt drin ist. Wenn Sie das also hier einfügen möchten, müssen Sie das erst von der Fluidbox entsperren und dann können Sie weitere Unterfluidboxes einfügen. Aber in unserem Fall möchten wir nicht hier Unterfluidboxes einfügen, sondern einfach mal in derselben Ebene noch ein paar weitere und zwar mal hier noch zwei weitere. Und da werden wir natürlich auch gleich mal noch Grafiken einfügen, schmeiße das mal hier noch rein und dann nehmen wir mal einfach noch beispielhaft diese hier. Und dann sehen Sie jetzt vier nebeneinander. Wir gehen eine Ebene nach oben und aktuell ist eingestellt in Zeile komprimieren. Gucken wir uns mal an, was bedeutet zur nächsten Zeile umbrechen. Ich reduziere hier wieder und Sie sehen, irgendwann mal ist der Bär unten und irgendwann mal wird dann auch alles hier auf vier Objekte verteilt sein. Das kann also sein, dass es Situationen gibt, in denen einfach eine Grafik unten ist. Und wenn ich das nicht haben möchte, könnte ich zum Beispiel einfach sagen, eine Zeile oder Spalte, dann wird ab 80 Prozent, jetzt in unserem Fall hier von der Breite, also wieder diese 818 grob, wird dann entsprechend gewechselt in die Spaltenansicht. Das heißt, Sie haben immer schön eine Zeile oder eine Spalte. Gut, gucken wir uns noch das letzte hier an, symmetrisch. Symmetrisch ist im Prinzip genau das Gleiche, allerdings wird es so sein, dass er dann automatisch verteilt, sodass wir symmetrisch ab dem Umbruchpunkt entsprechend hier die vier Objekte sauber verteilt sehen. Damit sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge. Sie haben gesehen, wie Sie Fluidboxes anlegen. Dazu haben Sie den Weg hier oben. Immer merken, wenn ein Objekt bereits in einer Fluidbox drin ist, dann kann ich da keine Unterfluidboxes einfügen. Dann ist das hier ausgegraut. Dazu einfach dann zum Beispiel das Objekt hier rausnehmen. Sie sehen, jetzt ist es nicht mehr in der Fluidbox drin. Und jetzt könnte ich zum Beispiel dann hier auch Unterfluidboxes anlegen. Dann haben wir uns auch die Eigenschaften hier angeschaut. Die Flusseigenschaften, also wie die Objekte hier fließen, vertikal oder horizontal. Das können Sie natürlich jeweils dann auch für die Unterfluidboxes einstellen. Und dann haben wir hier mal einen kurzen Blick in die Umbruchoption geworfen. Sie sehen, da steckt natürlich noch einiges dahinter. Und das werden wir uns dann in folgenden Folgen noch weiter anschauen. Wenn Sie das hier alles noch einmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Artikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren kostenfreien Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Ach ja, wenn Sie die Folge hilfreich fanden, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten, Ihr Martin Uhrig. Bis zum nächsten Mal.